Bei Netflix scheint der Juli noch in weiter Ferne zu liegen. Zumindestens dann, wenn man einen Blick auf die bekannt gegebenen Releases für den anstehenden Monat schaut, bis auf die Fortsetzung des hauseigenen Serien-Higlegs, Orange is the New Black, Staffel 6, ab 27. Juli, sieht die Vorschau ein wenig mau aus. Angesichts der Fußball-WM und der bevorstehenden Heisenkahr, O-Phase hat Netflix aber auch einen klaren Grund ihre Higlegs für die Zeit nach der WM 2018 aufzuheben. Daran werden auch die aktuell so beliebten Comedy-Spezials, Ginier Faris, Sess Is Me Now, ab 13. Juli und Elisa Slesinger, älter Millennial, ab 24. Juli, nichts ändern können. Wir haben aber schon mal für Sie in den offiziellen Programmplan geschaut und die bestätigten Serien- und Filmreleases zusammengetragen. Sobald Netflix weitere Neuigkeiten und Termine bekannt gibt oder sich etwas stärker in die Karten schauen lässt, halten wir sie an dieser Stelle oder unserem DAU, Netflix-Film, DAU, zeigt die gefüchtete Seite Künstlicher Intelligenz, Netflix und Prime Video News Blog, auf dem Laufenden. Bekomme Deli Neub, ab 3. Juli. Sakret Games, Staffel 1, ab 6. Juli. Anne Witt an E, Staffeln, 2, ab 6. Juli. Sugar Rush, 13. Juli. Orange is the New Black, Staffel 6, 27. Juli. Da wir Ihnen an dieser Stelle ausschließlich die Hichlicks und Neuerscheinungen bei Netflix vorgestellt haben, kann es natürlich sein, dass uns ein paar Titel durch die Finger gerutscht sind. In biete. Hier kommt bist cũng sehr. Bis zum nächsten Mal.